Jesus hat uns nur die halbe Wahrheit gesagt. Und ich weiß, dass er jetzt sagt, ja, ja, Leute, ihr wollt uns nur dranhalten. Das wäre so ein alter YouTube-Trick. Ganz genau. Er sagt uns, ja, er hat uns die ganze Wahrheit gesagt. Aber wir meinen genau das. Jesus hat uns wirklich nur die Hälfte gesagt. Und warum? Darüber reden wir jetzt und hier. Absolut. Ganz, ganz wichtiges Thema. Denn wir treffen öfter mal Leute, die sagen, hey, ich bleib einfach bei dem, was Jesus gesagt hat. Zu Thema XY. Die haben vielleicht auch so eine Bibel mit extra Schriftfarbe von den Worten Jesu und dergleichen. Und man denkt, das ist besonders geistlich. Ganz genau. Wenn man sich an Jesus Worte hält, dann ist man auf dem richtigen Pfad. Und der Rest ist zwar auch gut, aber ist so ein bisschen das Gemüse, das eigentliche Fleisch. Das sind Jesu Worte. Das ist ein bisschen so, wie wenn ein Firmenchef bei einer Filiale vorbeikommt und hält einen Vortrag und danach sagen alle, weil das alles, was der gesagt hat in diesem Vortrag, das ist wirklich, worum wir uns jetzt hier unterhalten werden und was für uns immer gelten wird. Diese anderthalb Stunden, die der da gesprochen hat und die ganzen E-Mails, die der schreibt zum Beispiel oder was der anderen gesagt hat und was sie dann weitergeben, das ist alles völlig egal. Ja, oder nebensächlich zumindest. Und warum ist das halt ein ziemliches Problem, wenn man so handelt? Weil es ist halt tatsächlich so, Jesus hat auf der Erde nur die halbe Wahrheit erzählt. Genau, und wir wollen das auch wirklich euch zeigen aus der Schrift raus, weil Jesus, halte ich fest, Jesus hat das selbst gesagt. Genau, genau. Also jetzt sagst du wo, okay, zu Recht, denn wir kommen jetzt auf Johannes 16, Vers 12, da steht das. Jesus ist mit den Jüngern zusammen, ja, das ist ja der Kontext. Und das sind die Jünger, die auch als Apostel ausgesandt würden, um die Botschaft zu verbreiten. Und er hat ihnen sehr viel gesagt, ab Johannes 13, ja, und auf diesem Saal, wo er mit ihnen zusammen war. Aber mittendrin, so in Johannes 16, sagt er dann, noch vieles habe ich euch zu sagen, Vers 12, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Ja, da ist es. Hey. Also, Umkehrschluss, was ich euch gesagt habe, war eben nicht die ganze Wahrheit. Da fehlt noch was. Ja, das heißt nicht, dass es irgendwie was Falsches war, sondern es war einfach noch nicht vollständig. Ganz genau. Und es ist ganz interessant, wir wollen vielleicht noch, genau aus Johannes 7, können wir noch lesen, Vers 39, da steht das, dass der Herr sagt, pass auf, dies aber sagte er von dem Geist, der den, die an ihn Glaubenden empfangen sollten, im Futur, denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Das zeigt, es kam noch irgendwas, so eine neue Epoche oder sowas, die eigentlich noch nicht da war. Und sogar in Bezug auf Werke auch, ja. Also, was man tun würde. Richtig. Johannes 14, ja. Da sagt er mal in Vers 12, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Okay. Das ist so, er war noch nicht verherrlicht, aber er geht zum Vater gehen. Dann wird noch was ganz Neues passieren. Okay. Also, haben wir das irgendwie klar? Jesus selbst sagt, das ist noch nicht das Ganze. Es kommt noch irgendwas. Von daher, wenn man das jetzt hier liest, dann muss man sich sagen, wenn du glaubst, dass alles das, was du für dich als wirklich autoritativ hältst, dass es wirklich wichtig für dich ist, dass es das ist, was der Jesus auf der Erde gesagt hat, dann fehlt uns eigentlich eine ganze Menge. Ja. Das könnten wir uns ja übrigens auch noch weiter strapazieren, diese Problematik, die da entsteht. Denn du könntest ja dann auch sagen, okay, oder ich frage dich jetzt mal, wie ist denn das dann mit den ganzen Worten, die wir sonst finden im Alten Testament und im Neuen Testament? Das hat ja auch nicht Jesus explizit gesagt, als er hier gelebt hat. Ja, da war das Jahwe. Und wisst ihr, das ist auf der einen Seite, reden wir jetzt so darüber, und auf der anderen Seite ist es eine Sache, die unheimlich ernst ist. Wenn wir mal 1. Johannes aufschlagen, übrigens ein gutes Video von CrossPain Deutsch über den 1. Johannesbrief, aber da steht in Kapitel 4, da steht da, dass im Vers 6, da sagen die Apostel, also durch den Apostel Johannes, steht da, wir, das heißt ja die Apostel, wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, der hört uns, die Apostel. Wer nicht aus Gott ist, der hört uns nicht, der versteht uns nicht. Ja, und dann steht da, hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Also es ist ein Geist des Irrtums, der versucht uns zu sagen, hört nur auf Jesus, was er gesagt hat, obwohl Jesus gesagt hat, das ist nicht alles. Ja, es wird noch welche geben, die werden noch das weiterführen. Ja, und der Heilige Geist vor allen Dingen, ich werde durch den Heiligen Geist sprechen, in Menschen. Und das ist der Geist des Irrtums. Das klingt sehr, sehr geistlich, ist aber ein Geist, der von unten kommt. Ja, und das Krasse hier, wenn du also ablehnst, was die Apostel gebracht haben, dann lehnst du halt Gott selbst ab. Und jetzt kann man noch trotzdem fragen, okay, ganze Wahrheit haben wir eben gesagt, halbe Wahrheit von Jesus, ganze Wahrheit, wie kommt das? Ich meine, die Apostel, da waren viele, die haben auch was gebracht in ihren Briefen, was auch oft eine gewisse Erklärung war oder vielleicht Auslegen oder nochmal weiter Anwendung von dem, was man auch schon irgendwo durch Jesus kannte. Ich meine, gerade Johannesbrief, das ewige Leben, das war völlig durch Jesus schon vorgestellt und gepredigt. Jesus ist der Eckstein, genau. Aber das Fundament, was aufgebaut ist, das Christentum, das sind die Apostel. Aufgebaut auf dem Fundament der Apostel. Aber jetzt hat die Frage, wer hat denn jetzt die wirklich fehlende Hälfte, wer hat das denn gebracht? Das war der, der sich selbst auch einen Baumeister nennt, der Apostel Paulus. Der hat das gebracht, der hat das auch selbst gesagt. Genau. Im Kolosser sagt er das. Kolosserbrief, da siehst du es im Kapitel 1. Vers 25, das ist ein schöner Vers, da sagt er, er redet ja von der Verwaltung Gottes, die ihm in Bezug auf euch gegeben ist, auf die Christen, um das Wort Gottes zu vollenden. Oder hier steht, man kann auch übersetzen, auf sein Vollmaß zu bringen. jetzt kann man vielleicht irritiert sein, das stimmt ja jetzt mal überhaupt nicht. Weil ich meine, der Paulus ist immer ganz klar, wann hat der gelebt? Er ist halt paar und 60 nach Christus ja umgebracht worden. Beispiel Johannesbrief, war viel später, 90 nach Christus, Offenbarung viel später, Petrusbriefe, alle viel später. Das stimmt doch gar nicht. Das hat er schon, haben wir schon wieder ein Problem. Ja, also, aber was der gebracht hat, würde ich mal sagen, das ist das, dass das Wort Gottes in seinem ganzen Charakter, ja, das wirklich Neue, was noch dazugekommen ist, das wurde mit Paulus, wurde es abgeschlossen. Wenn du dir zum Beispiel einen Johannesbrief oder sowas durchliest, da kommt nicht was Existenzielles oder Substantielles, Neues. Ganz genau. Also man könnte eigentlich sagen, er hat nicht zeitlich irgendwie vollendet, der letzte Schreiber gewesen, so historisch, sondern inhaltlich. Genau. Und das passt auch sehr gut, wenn er zum Beispiel mal die Offenbarung, die ja wirklich das letzte Buch war, dann findest du halt sehr, sehr viele Dinge da. Das sind eigentlich einfach Erklärungen, von was du schon in Daniel, in Ezekiel und so lesen kannst und so. Total. Aber neue Offenbarung, das kommt wirklich von Paulus. So, und jetzt sagt vielleicht einer, ey, warte mal, ihr wollt mir doch nicht sagen, dass diese Offenbarungen von Paulus gekommen sind, ja, und natürlich nicht, ja, natürlich sind die jetzt nicht von Paulus gekommen, der Herr Jesus ist das Wort, der Jesus ist das ewige Leben, alles geht von ihm aus, ja, aber der Paulus war das Instrument und er sagt es auch, ja, im Galaterbrief, in Kapitel 1, da sagt er, ich habe es weder von einem Menschen empfangen, das heißt auch er selbst nicht, ja, noch erlernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. Also das waren Worte, das stimmt hundertprozentig, was wir gesagt haben, Jesus, der Mensch Jesus auf der Erde hat nicht die ganze Wahrheit gebracht, aber er hat sie hinterher gebracht, durch den Heiligen Geist und gewirkt durch den Apostel Paulus. Deswegen wollen wir dich ermutigen, betreib nicht selektive Wahrnehmung, selektives Bibellesen und so, ja, weil der Irgendein sagt, ja, da sind die Worte Jesu da, die musst du besonders lesen, nein, die ganze Schrift ist uns gegeben, ja, die wollen wir festhalten und wir brauchen die ganze Wahrheit, nur dann können wir uns auch ganz leben, wie Gott sich das für uns gedacht hat. Hey, cool, dass du dabei bist, vielleicht ist das erste Video, was du dir von uns angeschaut hast, das ist im Endeffekt hier eine Paulus-Serie, wir sprechen über Paulus seine Lehre und wenn du einsteigen willst mit dem ersten Video, klick einfach hier unten auf das Video und dann bist du mit dabei. Das ist Paulus-Package.